Albtraum Dungeons, der ultimative Guide. Wir sprechen über alles, was ihr darüber missen müsst. Bleibt dafür unbedingt dran. Liebe Leute, ich liebe Gaming. Ich hoffe ja auch, falls ja, dann seid ihr hier goldrichtig. Ja, und wir sprechen heute natürlich über die legendärsten aller Dungeons, die Albtraum Dungeons. Doch bevor es losgeht, bedanke ich mich noch bei dem Sponsor des heutigen Videos, Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends ist ein Mobile RPG, was ihr auch auf dem PC spielen könnt, so wie ich persönlich. Ich glaube, mittlerweile kennen die meisten von euch Raid und es lohnt sich einfach mal reinzuschauen und es zwischendurch zu daddeln. Ich persönlich zocke am liebsten einfach ganz klassisch die Kampagne, denn wie ihr hier seht, geht es um rundenbasierte Kämpfe. Ich bin mal sehr gespannt, ob ich diesen Kampf hier schaffe, das habe ich bislang nämlich noch nicht gepackt. Yes, und es hat geklappt. Ansonsten hätte ich natürlich jetzt mein Team verbessert oder mir vielleicht ein paar neue Helden hochgezogen. Generell finde ich, macht das Zusammenstellen von den Heldenteams echt super viel Spaß. Arthur finde ich halt auch mega cool, den Barbaren hier. Der fegt quasi wie ein Wirbelwind übers Schlachtfeld. Eins meiner Lieblingsvölker in Raid sind die Orks und ich hoffe, dass ich irgendwann mal Artak oder vielleicht sogar Danak bekomme. Ich finde, der sieht richtig cool aus. Gerade diese glühenden Streitkolben finde ich mega. Von den Dunkelelfen ist Kapitän Timila mein Favorit. Finde ich, sieht absolut cool aus. Aktuell ist Raid Call of the Arbeiter voll im Gange und hier fügt Raid einige Charaktere dem Spiel hinzu. Es handelt sich um Artak, einen mächtigen Org-Kriegsherrn. Das Coole ist, dass ihr Artak kostenlos erhalten könnt, indem ihr euch 7 Tage lang bis zum 24.07. in Raid einloggt. Falls ihr neu in Raid Shadow Legends seid, dann nutzt doch gerne meinen QR-Code oder den Link in der Videobeschreibung, um mich zu supporten. Und erhaltet das Starter-Paket mit diesem coolen In-Game-Loot. Das Ganze erhaltet ihr dann hier rechts oben im Postfach. Also rein da und wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Und wir fangen einfach mal vorne an. Was ist das? Wie könnt ihr da hinkommen? Und warum sollte man das machen? Erst einmal ist die Einstiegsvoraussetzung Albtraum, Weltstufe 3. Wie kommt ihr auf Weltstufe 3? Ihr müsst auf Weltstufe 2 die Story abgeschlossen haben, beziehungsweise müsst ihr die grundsätzlich abgeschlossen haben. Und dann auf Weltstufe 2 die Kathedrale des Lichts. Das ist ein Dungeon. Hier könnt ihr euch auch von einem High-Level-Freund durchziehen lassen. Ja, ich sag mal 45 ist das machbar. Ab 40 ist das machbar. Im Zweifelsfall hast du die Story durch und bist eh durch ein paar Nebenaktivitäten sowieso schon 50. Hast du das geschafft, kannst du auf Albtraum stellen. Und da gibt es dann einige neue Features. Ich will nicht auf das Detail eingehen. Aber, super wichtig, der flüsternde Baum, der gibt dir ziemlich wahrscheinlich deinen ersten Albtraum-Dungeon-Schlüssel. Den brauchen wir als nächstes. Also erstmal, unser erstes Ziel ist es jetzt, ein Albtraum-Siegel zu sammeln, um so einen Dungeon zu eröffnen. Und das kann man entweder ganz normal beim Farmen kriegen, aber es ist auch relativ wahrscheinlich, dass der flüsternde Baum euch eins gibt. Normal empfehle ich den nicht. Klare Empfehlung allerdings, falls ihr nur noch einen Stack für den flüsternden Baum hier braucht, dann hier so einen Kerker zu machen. Das ist mit die schnellste Methode, die es überhaupt gibt. Und das machen wir jetzt auch ganz kurz und besorgen uns also unseren ersten Albtraum-Schlüssel gemeinsam. Alles klar, Versteck abgeschlossen. Also ab direkt zum Baum, nicht erst in die Ladeanimation hier, sondern einfach direkt hin porten. Komm, die Truhe nehmen wir doch noch mit. Und wie gesagt, falls man da Pech hat, ich glaube es ist garantiert dort etwas zu kriegen, dann einfach ganz normal in der offenen Welt farmen. Irgendwann kriegt man es eh. So, wir nehmen vielleicht mal die Chaos-Sammlung, da kann alles drin sein und schauen was wird. Wir haben ja ein heiliges Amulett. Ah, tatsächlich nicht. Aber ich glaube im ersten ist garantiert sowas drin. These nicht bestätigt, bei uns war es auf jeden Fall tatsächlich so. So, ich bin ja jetzt auf Weltstufe 3 unterwegs aktuell, habe aber nur Weltstufe 4 Schlüssel, also stelle ich mal kurz hoch. Und gesetzt der These, dass ihr euren ersten Schlüssel habt, können wir jetzt eigentlich unseren ersten Dungeon begehen. Aber vorher möchte ich nochmal euch zum Okkultisten entführen. Zum Beispiel bei Damien könnt ihr nämlich solche Albtraum-Siegel auch herstellen hier oben. Zum Beispiel aus bestimmten Level-Bereichen. Und ihr müsst wissen, um Weltstufe 4 freizuschalten, auf der ich aktuell bin, müsst ihr einen Albtraum-Dungeon der Stufe 20 schaffen. Das heißt, ihr stellt 4, 5 bis zu 10 von diesen Albtraum-Siegeln 16 bis 20 her. Dann macht ihr den 20er Dungeon, dann kriegt ihr eine Quest und dann könnt ihr Weltstufe 4 freischalten, um das auch nochmal aus dem Weg zu räumen. Das geht auch schon auf Level 60, das geht auch schon theoretisch auf Level 50, wenn ihr Freunde habt, die High-Level sind und euch da durchziehen. Ihr könnt auch Albtraum-Siegel, die euch nicht gefallen, hier kaputt machen. Und damit beschäftigen wir uns jetzt, bevor wir den Dungeon öffnen. Denn ihr müsst wissen, die Albtraum-Dungeons, die haben immer diverse Affixe. Seht ihr hier rechts eingeblendet. Und zwar ist hier zum Beispiel drauf Kampf gestellt, ein Buff für uns. Und das ist immer grün. Ihr seht hier die Stufe oben, 21. Das heißt, die Gegner sind Level 75 ungefähr. Nicht nur ungefähr, sind sie. Wir dürfen uns nur 4 mal wiederbeleben. Das ist auf Albtraum-Stufe 21 plus immer so. Bis Stufe 20 habt ihr, glaube ich, 12 Wiederbelebungen, also deutlich mehr. Aber kleiner Tipp, wenn ihr in der Gruppe seid, dann können euch eure Mates wiederbeleben, ohne dass eine dieser Wiederbelebungs-Counter gezählt wird. Also das ist schon mal ein guter Tipp. Ihr seht auch, welcher Dungeon das ist. Das ist jetzt hier in der Trockensteppe im Niedergang des Champions. Und der Dungeon wird dann quasi umgewandelt. Wir haben einmal, wie gesagt, den Affix-Kampf gestellt, sind also stärker. Die Gegner sind allerdings vulkanisch. Das bedeutet feurige Explosionen. Sie machen Schattenschaden. Sind sehr gut im Nahkampf verteidigend. Und verlangsamende Geschosse haben sie auch dabei. Es wird also später der Fall sein, dass ihr euch überlegt, welchen Albtraum-Dungeon mache ich. Was finde ich gut? Will ich mich selbst mehr heilen? Nehme aber in Kampf das Monster-Gift-Widerstehen für einen Gift-Build absolute Albtraum. Ich persönlich spiele ja zum Beispiel hier den Ice-Shard-Mage. Also Kälte-Resistenz ist für mich der absolute Albtraum. Und wenn Nahkampf-Verteidiger sind, tatsächlich auch nicht so gut. Weil Gegner dann eben, wenn ihr denen nahe seid, weniger Schaden erleiden. Bis zu 50, 40 Prozent. Und das ist schon eine Menge. Deswegen ich recycle erst einmal Nahkampf-Verteidiger, damit ich das gar nicht mehr im Inventar habe und aus Versehen anmache. Kälte-Widerstand von Gegnern werde ich auch sofort einfach mal hier kaputt machen, damit ich das ja nicht aus Versehen benutze. Denn ab einem bestimmten Schwierigkeitsgrad werden die doch etwas tricky. Ihr Nahkampf-Verteidiger auf jeden Fall weg damit. Monster-Regeneration kann auch mies sein, wenn ihr nicht schnell genug Schaden macht. Ja und hier haben wir zum Beispiel Frost-Schaden drauf. Das ist ganz cool auf jeden Fall, weil ich ja ein Frostmage bin. Allerdings ist der Dungeon 23, das ist ein bisschen hoch. Ich wähle jetzt mal hier den und dann zeige ich euch, was jetzt passiert. Wir gehen erst einmal auf die Map. Ihr seht, auf der Minimap kommt ein neues Symbol. Auch auf der Karte kommt ein neues Symbol. Und wir sehen hier, Maugans Werk wurde umgewandelt in einen epischen Dungeon. Hier sehen wir nochmal im Detail, was die einzelnen Abwixe bringen. Zum einen haben wir hier Kampf gestillt, 6% Schadensreduktion je 10% Leben, die uns fehlen. Das sind dann natürlich bei, wenn wir unter 10% Leben sind, ganze 54% Schadensreduktion. Das ist eine ganz coole Sache, denn dann, wenn wir wenig Leben haben, haben wir einen Buff. Allerdings muss man sagen, als Magier hat man eher Schilde, die wirklich wichtig sind. Und wenn das Leben nur noch da ist, dann ist es eigentlich eh zu spät. Von daher nicht ganz so krass für den Magier. Elite-Gegner haben immer den Affek in Kälte verzaubert. Dann haben wir nochmal 20% als Blitzschaden des physischen Schadens von Monstern. Also haben die Monster schon mal 120% Schaden. Monster erleiden 30% weniger physischen Schaden, vor allem für Barb's und Jäger relevant. Und für Druiden natürlich auch. Und Monster fügen Barrieren 100% mehr Schaden zu. Das ist Anti-Mage und ich arbeite viel mit Barrieren. Es könnte also sein, dass ich hier umgeklatscht werde. Nichtsdestotrotz machen wir uns jetzt einfach direkt mal auf zum Dungeon. Und nochmal glasklare Empfehlung, immer mit euren Freunden das Ganze zu zocken. Er gibt viel mehr Sinn, macht viel mehr Spaß, gibt mehr EP und ihr könnt euch gegenseitig wiederbeleben. Das habt ihr im Singleplayer nicht. Leider hat Diablo 4 einen absoluten Nachteil für alle, die es im Singleplayer zocken. So, wir gehen rein. Und ihr erinnert euch ja an die negativen Affixe, die hier auf uns warten. Zum Beispiel Kälte verzaubert, aber auch ständiger Blitzschaden. Und dann würde ich euch natürlich empfehlen, einfach mal zu schauen, was habt ihr für Tränke oder vielleicht vorher einen zu machen. Je nach Dungeon wisst ihr ja, was für Monstertypen da auf euch warten. Dann könnt ihr auch sowas nehmen wie Monsterschaden mehr oder so. Aber zu empfehlen wäre hier natürlich einen Anti-Blitzschadenstrank mit Blitzschadenwiderstand. Ich glaube, davon habe ich jetzt keinen mehr. Ich habe aktuell auch nicht mehr so tolle von denen hier. Das heißt, ich werde mal einmal gucken, was für einen Monstertyp wir hier haben und ob ich einen passenden Trank habe. Ansonsten ist halt mega gut auch noch mehr Primärressource. Ich habe jetzt zwar 142 Mana schon. Build-Video wird es auch noch geben. Ja, wir haben hier humanoide Gegner. Das heißt, wir schauen mal, haben wir da sowas passendes. Ja, hier Kannibalen, Banditen, Ritter und Kultisten. Da haben wir 20% mehr Schaden gegen. Nehmen wir das mit und zocken uns ganz normal durch den Albtraum-Dungeon durch. Aufpassen, vor allem auf schwierigen Stufen, falls ihr neu irgendwo seid, dass ihr nicht sterbt. Also viermal Wiederbeleben ist drin, aber man sollte nicht übertreiben. Und jetzt sind es ja ganz klassische Dungeons. Ihr seht rechts, wir haben vier Rätzes. Wir müssen sechs Gefangene befreien. Und im Zweifelsfall, wenn ihr nicht zu viel verharmen wollt, was keinen Sinn ergibt, zugegebenermaßen in Diablo, könnt ihr auch einfach durchziehen zu den Gefangenen und die jetzt befreien. Ich kann hier zum Beispiel meine Immunität anschalten und das Ganze dann so genießen. Huppala, boah, die machen den Schilden echt so richtig viel Schaden. Na guck mal, da ist auch schon das nächste Siegel gedroppt. Das heißt, hier gibt es dann quasi die Eintrittskarten in die kommenden Rifts. Und wenn ihr die Siegel kaputt macht, könnt ihr ja wie gesagt auch neue craften, also neue Eintrittskarten für neue Albtraum-Dungeons. Ist eigentlich sehr convenient alles und ziemlich klar, wenn man es einmal gemacht hat. Am Ende des Dungeons gibt es noch ein bisschen was zu beachten. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal sagen, da das hier kein Build-Video ist, skippe ich den Part jetzt und wir sehen uns dann am Ende des Dungeons, wenn ich hier alles gecleared habe bzw. die Objectives erfüllt habe. Übrigens, je nach Albtraum-Stufe gibt es natürlich besseren Loot. Ab Albtraum 1 gibt es heilige Items, das heißt Albtraum-Dungeons 1 bis 20. Ab 21, also World Tier 4, gibt es dann auch vermachte Items. Vermachte Items sind nochmal deutlich besser. Und ihr müsst auch übrigens auf Breakpoints achten. Das heißt, ihr solltet nicht Ghost Recon Breakpoint spielen, sondern Items der Stufe 625 sind deutlich besser als Items der Stufe 624 und Items der Stufe 725 sind deutlich besser als Items der Stufe 724. Habt ihr also ein Item, was Itemstufe 600 oder 700 ist und wertet es fünfmal auf, dann habt ihr ein extrem viel besseres Item, weil da die Breakpoints liegen. Das hier wäre jetzt also sehr schlecht, weil es 593 ist, ein glattes 600er. Da sind die Stats darauf einfach deutlich besser. So, und dann sehen wir uns jetzt wirklich am Ende des Dungeons. Es sei denn, mir fällt noch was Wichtiges ein. Ich befreie hier mal ein Ründchen und mache dann das zweite Objective. Meistens gibt es noch ein zweites Objective. Manchmal am Ende noch einen Boss. Das ist je nach Dungeon unterschiedlich. Bis gleich und happy farming. Ja, und am Ende des Dungeons gibt es dann immer einen Endboss oder in diesem Fall Endbosse. Und hier ist natürlich zu empfehlen, vor allem das Stun-Meter der Bosse hochzutreiben. Ja, ich habe jetzt hier den Oberkommandanten komplett einmal durchgestunt mit meinen Stun-Effekten. Und dadurch habe ich natürlich dann einen großen Vorteil, weil der extrem viel mehr Schaden erleidet. Dafür benutze ich dann einiges an coolen Effekten. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal gucken, wie wir wann killen. Einfach damit die hier nicht durchgehend retzen. So, gehen wir nochmal dort. Yes. Und jetzt noch den Medicus. Und ab, das war's. Am Ende gibt es hier immer so eine Glocke, die aktiviert wird. Dann gibt es nochmal zusätzlich ein garantiertes Legendary Item oder sogar ein Unique. Hier haben wir jetzt Movement Speed nach Teleporten. Nicht so cool. Aber ihr überschreibt im Zweifelsfall die Fähigkeiten da drauf ja eh. Und achtet mehr auf die eigentlichen Perks. Ja gut, die sind hier jetzt auch nicht so geil. Super wichtig. Hier nicht einfach weggehen. Natürlich noch Albtraum-Siegel looten. Aber das Wichtigste ist hier der erwachte Glyphenstein. Und dafür muss ich einmal hier meine Facecam wegmachen. Denn hier haben wir das Paragon-Glyphen-System. Rot hinterlegt sind die Glyphen, die ihr im Paragon-System angelegt habt. Alle anderen sind einzeln hinterlegt. Und hier gibt es natürlich diverse super coole Glyphen. Und ich probiere meine immer so halbwegs gleichmäßig aufzuwerten. Ich habe jetzt gerade mal Respect. Bedeutet, ich habe umgeskillt und brauche jetzt hier einige Glyphen neu. Und level die jetzt erneut hoch. Und je höher die Albtraum-Dungeons sind, umso mehr EP bekommt ihr. Umso schneller könnt ihr natürlich diese Glyphen leveln. Die haben dann einen größeren Radius und sind einfach in allem einfach besser. Kurze Erinnerung zu den Glyphen. Hier, das ist jetzt zum Beispiel so ein Glyphen-Sockel mit einem bestimmten Radius. Der ist dann so rot. Und hier gibt es dann eben einen Bonus. Verwundbare Gegner. Eben wenn du dort zum Beispiel jetzt hier in dem Fall Geschick rein skillst im Paragon-System. Dann gibt es hier mehr Schaden. Und noch zusätzlich ein Bonus. Also ihr wollt natürlich die Glyphen schön hoch aufwerten, damit die hier noch einen weiteren Ring kriegen und so nochmal deutlich stärker werden können. Und Glyphen sind wirklich das A und O der Late-Game-Progression. So, das war der Albtraum-Dungeon. Ihr habt jetzt hier einiges nochmal neu bekommen. Ich habe jetzt zwei neue Albtraum-Siegel. Daraus kann ich dann natürlich mir einen aussuchen. Wenn ich super viel Pech habe, ist da einer dabei, der nicht so gut passt für meine Skillung. Aber ich sage mal, wenn ihr in einer Vierergruppe zusammenspielt aus einem heterogenen Team, ihr habt einige verschiedene Klassen dabei. Dann habt ihr eigentlich immer eine Klasse oder drei von vier sind dann immer ganz gut eigentlich. Und da braucht man sich dann natürlich wenig Sorgen machen. Ja, wenn ihr besonders schnell sein wollt, dann geht ihr jetzt einfach direkt zum Schmied. Macht alle Gegenstände kaputt. Zack, weg damit. Brauche ich das? Brauche ich nicht. Das wollte ich mir aufbewahren. Ja, Gems sind immer so ein Ding. Die müllen die Tasche natürlich massiv zu. Im Gruppenspiel öffnet ihr übrigens jetzt schon den nächsten Dungeon. Denn es ist ja nicht so wie in Diablo 3 mit den Greater Rifts, dass du zwingend dahin geportet wirst. Sondern du kannst dann ganz entspannt dahin gehen oder einer aus der Gruppe kann dahin gehen, der zum Beispiel ein recht leeres Inventar hat oder einfach schnell ist. Und die anderen porten sich dann dahin und nehmen die Service-Dienstleistung in Anspruch, um in den Dungeon dann nachzujoinen. Und wenn man das so gut durchrotiert und fair aufteilt, dann ist das eine super tolle Kombi und ihr seid echt flott unterwegs. Ganz klare Empfehlung. Albtraum-Dungeons immer drei Level über eurem Level. Für mich wäre also der Sweet Spot 74er Mobs. Ich habe jetzt Pech, weil ich gerade auf Albtraum 4 unterwegs bin. Da geht nur 75. Aber Albtraum 3 hat für mich den Nachteil. Deswegen gilt da jetzt einmal die Regel nicht, dass die Items doch deutlich schlechter gedroppt werden im Zweifelsfall. Und so habe ich hier natürlich dann mit einem Level mehr, mit zwei, drei Leveln mehr, deutlich besseres Equipment, was ich finden kann. Vermachtes Equipment. Ja und da ist die Itemstufe natürlich nochmal viel, viel höher. Ihr seht es hier teilweise 800er Items. Das knallt natürlich richtig gut rein in den Stats und ich habe dann einfach auch super viel Crit-Chance. Gehen wir mal kurz hier in meine Stats. Ja, 31% Crit-Chance. Das ist schon ganz cool. Ein bisschen mehr Crit-Damage hätte ich dann auch noch gerne. Da auch der Crit-Trank übrigens sehr zu empfehlen. Und ich mache mir jetzt mal wieder auch ein paar Tränke, glaube ich. Neulich hatte ich das so alles so zugemüllt, dass ich alles wegverkonsumiert habe. Ja und übrigens hier natürlich auch noch der Hinweis Räucherwerke. Die dürft ihr auch gerne machen, vor allem um euch dann eben und allen Spielern einen super Buff zu geben. Ob das jetzt Widerstände sind, weil ihr immer sterbt oder vielleicht doch ein bisschen mehr Intelligenz. Das ist auch eine ziemlich coole Sache. Kostet allerdings immer mal ein bisschen was und ihr müsst dafür auf jeden Fall die Höllen-Events machen. Hier das starke Elixier der Präzision ist jetzt super für mich. Vielleicht mache ich mal ein paar Pestschatten. Neun Stück kann ich herstellen aktuell aus den ganzen Galgenreben. Machen wir mal ein paar Galgenreben. 20 hier raus, 20 da raus. Schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Ja und das war es meiner Meinung nach zu den Albtraum-Dungeons. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Das würde mich auf jeden Fall mega freuen. Ich liebe Diablo 4 grad rauf und runter wie Fahrstuhlmusik und wünsche euch noch den besten Tag aller Zeiten in euren Albtraum-Dungeons. Lasst gerne ein Abo hier da, wenn ihr mögt und mich supporten wollt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Bis dann, euer... äh... Kann. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren. Ciao, Leute. Jürgen und Thierry Willi hat es kalt, wie der Winter ins Gelieb. Er will ja den Ferner, doch er hat sie nicht verdient. Er braucht keinen Spell, er ist weiß nur wie ich nie. Wir chillen auf Plötze erst und Jürgen und Thierry